Musik Wir sind heute hier nach Mahl gerufen worden, nach Mahlsinsen zum Bahnhof, weil uns dort ein Zeuge verständigt hatte, dass es zwei verdächtige Gegenstände im Bereich eines Wartebereichs an den Gleisen gibt. Das war zum einen ein Koffer und dann noch ein weiterer Gegenstand, den ich im Moment aus taktischem Sinn nicht weiter beschreiben musste. Und wir sind dann dazu gerufen worden, es hat sich niemand gezeigt, dem diese Gegenstände gehören. Und deshalb sind wir erstmal davon ausgegangen, dass es sich möglicherweise eben um gefährliche Gegenstände handeln könnte. Wir haben Unterstützungskräfte dazu geholt, insbesondere auch Spezialisten, die sich eben auch mit Sprengstoffen auskennen. Und die haben sich dann diesen Gegenständen genähert und haben sich das genau angeguckt, haben die Sachen untersucht und haben die letztendlich dann eben auch insofern entschärfen können, dass wir im Moment davon ausgehen, dass es keine Gefahr mehr gibt von diesen Gegenständen. Musik 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 Wir haben heute zunächst mal die Bundespolizei eingesetzt. Sie sind ja eben auch für die Bereiche der Gartenlöße zuständig. Also um was es sich genau gehandelt hat, das müssen die weiteren Untersuchungen noch ergeben. Im Moment ist unsere Spurensicherung auch hier vor Ort und die gucken sich die Gegenstände jetzt noch ganz genau an.